Heute klatschen wir ein bisschen zusammen. Wir werfen den Ball hoch, klatschen einmal in die Hände und fangen ihn wieder auf. Davon machen wir fünf Wiederholungen. Drei, vier und fünf. Als nächstes werfen wir den Ball hoch und klatschen zweimal. Davon machen wir auch ein Stück. Drei, vier, fünf. Als nächstes, könnt ihr euch schon fast denken, werfen wir ihn hoch und klatschen dreimal in die Hände. Davon auch wieder fünf Stück. Vier, fünf. Jetzt machen wir da auch eine kleine Challenge draus. Ihr könnt natürlich vorher die anderen Sachen noch weiter üben. Wenn dreimal nicht klappt, dann immer weiter üben. Jetzt werfen wir den Ball hoch und klatschen so oft, wie es geht. Könnt ihr auch häufiger als fünfmal probieren. Ich mache das jetzt fünfmal. Aber mindestens fünfmal probieren. Faktionde Haltung Faktionde 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 Vielen Dank.